und herzlich willkommen herzlich willkommen hier bei einer neuen aufnahme aufnahme um sie 2 wir sitzen hier wieder in diesem schönen gelenk bus drin und ich habe diesen fehler behoben jetzt steht ich an unserem bus keine ahnung was sondern jetzt steht also an unserem bus günther der günther war da und ich spiele leider nicht alleine sondern ich spiele mit meinem weißarbeiter hallo ja der ist der der mein mercedes entbeulen darf nachher nach nach dem project cars rennen war anstrengend finde ich toll so da können wir jetzt hier schon mal alles einstellen denn ich habe gesehen so weit ist das eigentlich auch gar nicht mehr also ihr könnt euch eine kurze knackige folge knackig knackig na dann ist arsch und und bieb nächster halt mozartstraße also bieb bieb ja die hat auch arsch und nein hat sie nicht boah der greift ja schon durch das fenster rein wer weiß was der bei seiner freundin macht denn das wollen wir sie schon rein lassen natürlich ach ja ich wollte ja schon den motor anmachen ja ich habe den motor natürlich wunderbar angemacht ja wollte einsteigen ist ein auto hahaha ich bin grad den kollegen hinten drauf gefahren äh vorne drauf gefahren ist ja auch schlecht welches unternehmen hat denn überhaupt ein mitarbeiter naja muss ich doch so stehen denn es wird sowas von feiern der kollege ist jetzt verstört zerstört verstört alles auf einmal das können wir hier plus dann machen wir einfach mal eine 27 draus und dann können wir hier noch die heizung fertig machen diese doppeldeutigen sachen wollen wir sie reinlassen naja noch eins vor da sind wir mal nicht so gemein oder doch nicht hallo ich schleiche alle durch die tür ich habe mir den dennis hier mal reingeholt weil ich brauche unbedingt aufmunterung denn ich bin seit letzter zeit so miese gelaunt sonst würde die folge so enden in in du da ja und ich würde mit der wand reden der decke oder scheiße labern ach ja scheiße labern tut man sowieso immer also von daher kein unterschied ah und hier ich schlag die fenster ein ich schlag die fenster ein meine damen und herren eine wichtige durchsage hier spricht die um sie fahrer nummer drei auf dem umsaison finden sie auch bei amazon und dass das bett von kriegt ricken season pass ich immer in die straßenverkehrsordnung zu halten ich wünsche weiterhin gute fahrt Durchsage Ende, wenn mein Logen Sieg... Ah, Dennis, ich habe gerade hier Werbung gemacht. So, und jetzt bitte die 1000 Euro auf mein Konto. Welche Werbung hast du denn gemacht? Vom Umsiedzaun. Ah, ah, Scheiße, vom Umsiedzaun. Die, die, die Ampel, die war grün. Eindeutig grün. Nächster Halt, Franz ist weg. Oh, der Franz. Na ja, Thorsten, du hast ja schon einige Sachen von Star Wars Battlefront angezockt, beziehungsweise das Spiel angezockt. Ja, wie ist es denn? Boah, spricht mich nicht so an, muss ich sagen. Ist halt ein Shooter, ein Star Wars Setting, aber so Bombe ist es auch wenig. Ich habe schon einige Kriterien gehört, dass es mehr auf Battlefield oder COD geht, als mehr auf Star Wars. Was sagst du dazu? Ich dachte mal so... Nächster Halt, Eoskini. Ja, was soll man denn so sagen? Also... Guck mal, da hängt mir ja schon fast einer... ...DOD... ...DOD... Trottel auf... Aber... Aber die... Aber die... Aber... Es breit dann ab und geht wieder mit den Fahrzeugen. Also Fahrzeugen in Anführungszeichen, den X-Wing und und und. A.K.A.S.T. Ich weiß nicht, das ist so... Was? Was man für ein Gamepad nutzt. Nein, ich fahre ruhig nicht. Moin! Moin! Und dann hast du nen Gamepad? Nö. Soll ich eins haben. Hey, der fährt über rot! Nö, muss nicht. Mach ja nur. Hier ist rot und ich fahre nicht über eine rote Ampel. Boah, hinter mir hängt ein Feuerwehrwagen. Ja, da darf man ja über grün fahren. Äh, über rot fahren. Denn da geht es ja um die Sicherheit der Menschen. Ja. Hängt er immer noch hinter mir? Gut, da fahre ich mal kurz auf den Bordstein. Los, fahr vor, ich lasse dich vorfahren. Mal gucken, wo heute hier Musik rausgekommen ist. Boah, kommen Sie. Guck mal, bin ich nicht ein sozialer Mensch? Ich lasse einen notbedürftigen Krankenwagen, Feuerwehr oder wo auch immer was das sein soll, vor. Guck mal. Bitte ein soziales Menschen nach oben. Liked es auf YouTube, was für ein sozialer Mensch ich bin. Ja, besonders du. Hallo. Ich bin ein sehr sozialer Mensch, weißt du. Ja, ja. Da möchte ich jetzt keine Widersprüche haben. Ja. Hören. Geil. Es war ja von uns noch ein 100 Abos, welche geplant von mir und den Lieben. Jetzt fahr doch. Das heißt, es ist in den Spiegel sowas von gar nichts. Wenn wir jetzt hier einer reinfetten, da gibt's Rückhand. Und ihr könnt auch auf unserer Webseite abstimmen, was wir hauptsächlich LP beziehungsweise streamen sollen. Na, für streamen ist eher mal der liebe Thorsten. Nebenssachen, ja. Und kommt dir drauf an, dass es... Erstmal muss man auf YouTube erfolgreich sein, damit man streamen kann. Ach ja, das sagt mir das gerade. Wir, also wir haben ja eigentlich das Eurotruck-Projekt eingestellt, worüber eine gewisse Person sehr traurig ist. Jetzt fahr! Wo eine gewisse Person sehr traurig ist. Ihr könnt auf der Webseite abstimmen, ob ihr dafür seid, dass wir Eurotruck weitermachen oder für The Forest weiter stimmen. Boah, der fährt ja schlechter als mein Mann. Also, jetzt, ich darf doch mal bitten. Der fährt schlechter als mein Mann. Du bist eine Frau und behauptest, dass ein Mann schlecht fährt. Da stimmt was ganz Gewaltiges nicht. Und an dem Viertel meiner Zuschauer Frauen sind, es tut mir leid. Es war nicht so gemeint. Oder es sind Transen, die klickgeil sind. Aber das will ich jetzt mal nicht behaupten. Und ein Viertel der Zuschauer sind jetzt schon wieder weg. Dankeschön. Bitte! Das war doch nicht ernst gemeint. Ja, aber, naja. Ja, drei Viertel der Zuschauer sind männlich und ein Viertel ungefähr weiblich. Das sagt's, äh, YouTube. Kannst ihr eventuell auch einblenden. Und jetzt streikt YouTube. Ich zeig's dir nicht mehr. Hey! Du willst doch wohl nicht hier rein. Man weiß ja nie bei Autofahrern. Ich glaub, ich muss einen extra Link dafür, äh, dafür, äh, für die, äh, für das Voting erstellen. Ich glaub, das war's. Das hab ich aber schon als Link in, äh, in die Com, äh, in die Beschreibung stehen. Also, darum hab ich... Ja, aber das ist doch zu lang. Das ist doch zu lang. Das soll nur anklicken. Ja, das war zu lang. Da sind ja alle die Beschreibung. Ja, da macht vote.gamejuts.de. Nee, da wollt ich machen. Boah, ich fahr nur um der Kurve. Also, gleich reicht's. Was soll ich denn machen? Geradeaus in die Mauer fahren. Ja. Mix Container. Das Wort hab ich nie gesagt. Und wir sind überall pünktlich angekommen. Dann fertig. Ja, das war nicht mehr viel. Viel ist nicht gültig, warum auch immer. Das Spiel ist nicht gültig, warum auch immer. Egal. Also, ihr könnt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Ihr müsst aber nicht. Wir fänden es nur toll. Dann würde ich sagen, das war's. Oder hat der liebe Tossen... Oder hat der liebe Tossen noch was zu sagen? Ja. Gut. Klingt einfach auf den Abo-Button. Mehr nicht. Ja. Mehr braucht man nicht. Hier im ganzen Bereich könnt ihr abonnieren. Nein, hier wird ein Abo-Button sein. Und dann dürft ihr abonnieren klicken. Das geht ganz einfach. Müsst einfach noch draufklicken. Dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Es war meine Ehre, wieder für euch aufzunehmen zu können. Und zwar um sie. Auch wenn ich zwar nicht gut gelaunt bin, aber... Für gute Laune, Daumen nach oben. Wenn ihr es verstehen könnt, Daumen nach oben. Wenn ihr nicht verstehen könnt, Daumen nach oben. Spaß, nein. Macht was ihr wollt. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020